Moin Moin und herzlich willkommen zurück, mein Name ist Theorie und jetzt geht es weiter mit Minecraft. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wie schon gesagt, geht es sofort hier weiter, die Aufnahme. Eben gerade haben wir die Flutlichter hier gesetzt, die leuchten extremst weit aus, bis hier. Cool oder cool? Ich finde es cool. So, was werden wir heute machen? Ich weiß es noch nicht. Wollen wir jetzt ein bisschen weiterbauen? Wir haben zu viele Baustellen. Ich will, also was ich vorhabe, hier einmal das zu begradigen, dann will ich da, ähm, ja, eine Windmühle gerne hinbauen, beziehungsweise ein bisschen im kleinen Weizenfeld. Warum? Ich habe Lust drauf. Ähm, was habe ich noch vor? Das alles mit Erde zu befüllen, alles ausleuchten, hier Lampen rauf und, 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 und. Das ist noch eine Menge Aufgaben, was wir, ja, machen müssen. Aber das schaffen wir nicht heute, ja, nicht alles. Nicht mehr ansatzweise. Ähm, ich will hier unten auch noch alles ordentlich mit Lampen ausfüllen. Mit Fackeln möchte ich das nicht so lassen. Aber bevor wir jetzt mit alles mit anfangen, möchte ich erstmal meine Tasche leeren. Mein Inventar beschnaufräumen. So. Halt. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Du. Du, du. Dann kommt hier. Das habe ich nichts. Hier oben kommt Kohle. Hier kommt das mal. Räuchchen. Hier kommt die ganzen Klarscheiben hin. Was habe ich hier noch? Hier habe ich euch noch. Das ist Drehenkraft. Kommt eine Höhe rein. Siehste. Läuft. Äh, euch da rein. Können ja noch mal durchgehen hier. Schön mit rechtsklick einmal rüber. Wir können ja auch noch mal gucken, welche Folge wir noch machen müssen. Oder was noch auf ist. Auf ist. Gehst du runter? Danke. Hier. Tum, 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 tum. So. So. Dann könnten wir hier einmal Brot einmal herstellen. Mal über die Hälfte abgeben. Mal über die Hälfte abgeben. Tum, 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 tum. Ja. Eine Kupplung. Eine Kupplung. Eigentlich hatte ich schon mal eine gebaut. Aber machen wir nochmal neu. Wir könnten ja nochmal bisschen Stahl produzieren. Darf ich jetzt Kohle nochmal Bekommen haben Sehr schön Zack Zack Sehr schön So Denn Eine Kupplung bitte So Das muss man hier machen Genau Ah hier haben wir noch ein bisschen was Äh Achso Wer leasen kann ist Klar im Vorteil Dieselmotor müssen wir bauen Ein Dieselmotor Diesel Motorhörchen Was brauchen wir denn Stahl 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 braucht ein bisschen mehr So Gucken wir mal Davon brauchen wir drei Stück Danke denn brauchen wir zylinder macht wird auch gleich 3 produziert das ist schön und zu guter letzt brauchen wir noch nockenwellen das sind auch wieder 3 das ist sehr schön also einmal zweimal hey tun etwas mehr wo wir erfolge hatten und jetzt brauchen wir was jetzt brauchen wir erfolge diesellokomotive 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 dann gucken wir einmal im büchlein rein halt eine etage höher bitte hier rein dann lesen wir nochmal wie blättert man da nochmal hier unten diesell mal kurz gucken das sind anhänger was fasst du denn noch mal da haben wir den es sind hier zwei uiuiuiui da brauchen wir ein paar teile sonst schreibtisch drehenkraft hier steuerung ach du scheiße ach du scheiße wollen wir das echt machen wollten wir das echt machen ja gut was brauchen wir die fangen ganz langsam an steuerung davon haben wir nix okay denn brauchen wir zwei hier von kupfer und plastik in der mitte wo wir gerade so viel kupfer haben läuft das ist die frage da funktioniert es nicht dann umranden wir das noch mal von einem an noch so dann brauchen wir noch viele hebel acht stück sechs eisen bruchstein brauchen wir jetzt ist die frage war das so noch ein ganz normal stein habe ich gar nicht Und dann werden wir hier mal was brennen... 24 bitte, dann brauchen wir 3... 1, 2, 3, 4 waren Super, singen kann ich auch nicht... So... Jetzt warten wir... Jetzt warten wir und warten... Was brauchen wir denn noch dafür? Da haben wir ja alles... Man muss auch rausgehen, ne? Aus dem Cheat-Modus... Wir haben ja eben noch ein Bildchen zusammen gemacht... So... Dichtig... Halt ein unten und Eisen bitte... War das nicht so? Ne... Ich weiß, wo das hier liegt... Hier dann... Ein Ratzton bräuch ich... Juhu... Das ist schön... Noch ein Erfolg... So... So... Endlich mal wieder Erfolge... Tier 2... Ja, brauchst du noch ein bisschen Stahl... So... Haben wir... Dann bräuchten wir noch Stahl-Schornstein... Das habe ich irgendwo hier noch gesehen... So... Stahl-Schornstein... Was fehlt uns noch? Eine Stahl-Kabine... So... Stahl... Ne... So... Nicht... So... Nicht... Stahl... Ne, ist hier noch nicht... wie wird die stahlkabine gebaut was ist das denn schönes windrad ok stahl 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 holz war doch eben halt nix oder alles gut stahlkabine den kommt rot das mache ich näher generator generator im kessel ach gott ich habe hier heißen haben wir mein kurzzeitgedächtnis ist wieder furchtbar oh gott oh gott oh gott oh gott Zack. Dankeschön. Generator. Da. Dann muss ich noch... Ich wollte gerade sagen, ich hatte noch welche. Sechs da. Und zwei Eisen in der Mitte. Ein Generator. Sehr schön. Wieder ein Erfolg. Und davon brauchen wir zwei Stück. Juhu. Juhu. Aber diesen Motor muss ich auch haben, oder? Elektromotor. Ja. Boah. Mein Kopf erreicht nicht. Mein Kopf erreicht nicht. Ich sehe es schon kommen. Ja. Ja. Theorie. Ruhig. So. Zwei davon. Und den brauchen wir. Wir... Da habe ich noch was. Stahlbarn brauche ich auch noch was. Zwei. Zwei. Stahlbarn habe ich auch noch. So. Reicht nicht. Reicht nicht. Reicht nicht. Reicht nicht. Reicht nicht. Juhu. Ihr wisst was das heißt, ne? Nächste Folge müssen wir auf... Stahl... äh... Kupfersuche gehen. Boah. Boah. Ist das ätzend. Hallo. So. Wie mache ich nochmal Plastik? Wie war das? Gucken wir gleich. Wir bereiten schon mal vor. Plastik. War doch irgendwie... Wenn wir... Äh... Wenn wir... Ich... Genau... ... 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 Diesel Also, biodiesel Wisst ihr was? Sack Den machen wir halt hin So Gut, ich würde mal sagen Ja, wie viele Erfolge haben wir? Eins, zwei, drei Erfolge heute wieder gemacht Seit längerem Ich finde es gut Ja, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast Ich würde mich freuen, wenn du bei den Kommentaren was hinterlässt Ein bisschen was schreiben und so Ein Daumen hoch Ein Knick auf ein Abo Abonnieren Knopf da unten Oder da oben Oder da Ja, und dann bis zur nächsten Folge Wünsche ich noch viel Spaß bei meinen anderen Videos Und bis dahin Bye, bye